Ja, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier, äh, beim Fuchs, bei der, bei meiner Zockerecke, den Zockerecken-Games und, äh, wir spielen heute mal eine Runde Grand Theft Auto V für die Xbox One und zwar werden wir gleich online zocken, schon mal auf ein Knöpfchen drücken. Ja, es ist ja vor kurzem ein neues Update rausgekommen, heißt's und, äh, da schon mal ein bisschen reingeschaut in die Banküberfälle und so weiter, werdet ihr bestimmt auch alle, die GTA 5 haben, auch schon wieder zocken. Ähm, ich hab bis jetzt nur erstmal ein bisschen reingeschnuppert, hatte, äh, einen Raubüberfall gemacht, ja, genau, die Bank hatte ich gemacht und so und war bis jetzt schon ganz cool gemacht, ja, war echt schon geil. So, dann wollen wir mal schauen, was wir da, wenn wir mal ein bisschen rumzocken hier. Ein paar kleine Aufträge machen, mal sehen. Ich hab schon erst das Feedback so aus dem Freundeskreis gehört, dass, dass es auch sehr anstrengend ist, weil die Leute wurden dauernd immer, ähm, rumzwitschen und dann, äh, wird der Raubüberfall abgebrochen, weil so eine, so eine Aufgabe, ähm, ist in mehreren Etappen eingeteilt, ja. Also, du hast halt eine Mission, die wurde durch vier kleine Missionen geteilt und wenn dann meistens, weiß ich, vier Leute oder so und wenn da einer keinen Bock mehr hat und hört auf, dann, äh, bricht der ganze Job ab und dann muss er ja von vorne anfangen und dann das ewige suchen. Also, äh, ich geh mal davon aus, dass, äh, da noch ein bisschen, äh, dass wir das noch ein bisschen irgendwie ändern könnten, dass wir da irgendwie einen Patch rausbringen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es natürlich sehr demoty, wir werden die Leute da immer wieder neu anfangen müssen. Aber wir werden es gleich sehen, wir probieren das jetzt mal selber aus. Ich werde mich da random direkt da mal einklinken und mal sehen. Wollte auch gleich so ausflippen. Oh. So. Mein Freund. Genau, meinem Spieler hab ich singen. La 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 la. Alle Leute sind schon da. Tra la 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 la. Ich sing so gerne und hab den Balken voll. Was soll ich denn jetzt? Drücke aufschlagen in meinem Duschen aufzuhören. Sing in dein Headset, um RP zu verdienen. Ach der Scheiße. La 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 la, ich riecht dir dafür. lalalala, ich kann auch lachen hahaha oh, ich hab's gerade gesehen lalalalalala bla 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 und so weiter und ich singe gerne und der Balken ist voll wie viel? 20 dann wollen wir mal damit aufhören da, 4 Spieler der Gefängnisausbruch so, wo ist mein Handy? bin dabei so, Gefängnisausbruch habe ich noch nicht gespielt wie gesagt, Bank habe ich schon gemacht muss ich mal zugucken das lange dauert hier okay okay, wir sind zwei Leute aha, jetzt müssen wir auf die nächsten zwei noch leider warten warten auf, was was wäre wie gesagt, was ist der Fall? ich bin dabei nicht gespielt oder irgendwas oder irgendwas wie gesagt in der Fall ist wie gesagt, das ist das ja auch leise auch leise und dann bin ich es geo, ich bin dabei jetzt aber das ist das, was weise das ist das, was wir jetzt nicht gespielt Vielen Dank. 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 Okay, das dauert schon mal richtig lange. Boah, krass. What the hell? 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 Vielen Dank.